Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen neuen Glitch zeigen auf der neuen Karte Verlassener und zwar einen Godmode Glitch, wo ihr überhaupt keinen Damage bekommt. Für diesen Glitch braucht ihr eine Münze, die droppt ihr entweder von Zombies, wenn ihr sie tötet zufällig oder ihr kriegt sie vom Automaten hier in der Spielhalle, wo ihr die Münzen kaufen könnt. Einmal draufschlagen Leute und es droppt eine Münze, das könnt ihr einmal pro Game machen. Dann müsst ihr auch noch Pekka Punch einschalten und nachdem ihr Pekka Punch eingeschaltet habt, müsst ihr noch den roten Knopf drücken, der befindet sich direkt hier rechts in den Raum wieder. Draufdrücken und ihr könnt das auch überspringen, müsst ihr euch nicht anschauen. Danach geht es zum Pekka Punch, macht euch tote Leitung auf eure Waffe drauf und puncht sie am besten einmal. Nachdem ihr das gemacht habt, dann geht in die Spielhalle, müsst ihr nämlich den Automaten aktivieren, indem ihr einen Zombie mit tote Leitung abschießt. Und zwar ist es dieser Automat hier, einfach daneben einen Zombie abschießt mit tote Leitung und ihr seht, dieser Automat wird aktiviert. So, wenn ihr das dann habt, dann braucht ihr nur noch einen Helikopter schützen. Ihr müsst nun nämlich den Automaten drücken und gleichzeitig den Helikopter aktivieren. Dann habt ihr so einen kleinen Blackscreen, Leute, dann könnt ihr die Fernentladung in die Luft jagen und ihr seid im God-Mode. Also, ich zeige euch das nochmal, Leute. Geht zum Automaten, drückt den Automaten und gleichzeitig aktiviert den Helikopter. Dann seht ihr, dass ihr ihn kurz in der Hand habt und ihr kriegt so einen kleinen schwarzen Blackscreen. Dann habt ihr es geschafft. Ein Tipp, falls ihr am PC spielt, so wie ich, dann müsst ihr erst den Helikopter schützen drücken und danach die Tasse zum Interagieren. Aber auf der Konsole sollte es genau umgekehrt sein. So, jetzt könnt ihr einfach hier rumstehen irgendwo. Ihr kriegt keinen Damage, Leute. Die Zombies können euch nichts anhaben, solange ihr nicht noch einen Helikopter schützen aktiviert. Falls ihr nochmal den Helikopter schützen aktiviert, hebt sich dieser Glitch auf und ihr kriegt wieder Damage und seid nicht mehr im God-Mode. Falls ihr am PC spielt und ein Makro habt, dann könntet ihr mit der Wunderwaffe euch irgendwo in eine Ecke stellen, die Schießentaste triggern lassen, sodass ihr ganz leicht schlägt und einfach weg vom PC geht und AFK leveln. So, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare und falls ihr noch kein Abo bei mir ist, kannst du das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten, ciao und bis zum nächsten Mal.